Meine Damen und Herren, dürfte ich mal kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Ich bin hier mit dem Herrn Wuhli und wir machen hier eine Protestaktion, da das Gewerbeamt uns untersagt hat, eine Pizzeria zu eröffnen. Deshalb protestieren wir heute hier für Pizza für alle und die Eröffnung der Pizzeria in Chanukka. Und deshalb verteilen wir hier heute Gratispizza an alle, die wollen, um Ihnen mal zu zeigen, was für ein Luxus eine gut gebackene Steinhofenpizza im Vergleich zu dieser Automatenpizza aus dem Casino ist. Sie sind alle recht herzlich eingeladen, sich da vorne an unseren Trucks eine Pizza abzuholen oder auch ein Kaltgetränk oder Obst. Wir haben alles für Sie dabei. Kommen Sie einfach rüber und holen Sie sich was ab. Achten Sie auch weiter auf irgendwie Ankündigungen, weil das ist nicht unsere letzte Aktion. Auf eine leckere Pizza und Pizza ist auch ein wunderbares Wurfgeschoss. Danke. Pizza von Tradapi. Die schmeckt auch ohne Chemie. Pizza von Tradapi. Eine Pizza wie in Neapel. Die Tradapi Pizza, die einfach super schmeckt. Das hört sich an wie Gaddafi. Ja, das stimmt. Keiner kennt die Pizzeria von Tradapi so gut wie ich es tue. So, ich kenne nur die Pizzeria Tradapi, wir haben es ein weiter empfehlen, weil Mädels, ihr gibt es auch Pizza mit wenig Kalorien, ja, die Low Carb Pizza, ist wirklich sehr lecker. Ja, Lola hat es gehört, gibt es ja auch, perfekt für uns. Ja, dann wünsche ich euch beiden auf jeden Fall alles Gute für die geschäftliche Zukunft. Die haben wir gerade mal aufgemacht. Die Pizzeria schmeckt zum Schießen gut. Pizzeria Tradapi macht die beste Pizza, die mich jemals auf Tenor gegessen hat. Von Pizzeria von Tradapi ist die beste. Ja, Pizzeria Tradapi, das schmeckt definitiv nie. Oder Pi, bis auf Thunenfisch enttäuscht sie nie. Pizzeria Tradapi enttäuscht sie nie. Pizzeria Tradapi, hier gibt es Pizza zum guten Preis und in einer guten Qualität. Die Pizza von dem Herrn Tifa ist immer so saftig und frisch gemacht wie die von Mama. Sie ist mit Liebe gebacken und begeistert jeden auf der Insel. Also probieren sie selbst, umsonst, immer frisch und lecker, begeistert jeden. Guten Appetit! Die Pizza von Tradapi ist ganz gut. Kaufen Sie. Oh, ich glaube fest daran, dass uns Pizza retten kann. Sie verbindet diese Welt, Baby, lass uns Pizza bestellen. Oh, ich glaube fest daran, dass uns Pizza retten kann. Jeder Revolutionär braucht nur Pizza und Gewehr. Ja, ich glaube das war's.